Musik Applaus Ja ist okay, es ist kein Problem. Brauchst du halt ein Foto? Ja, genau. Innerhalb von 15 Sekunden haben wir es jetzt schon geschafft, zum Beispiel 21 Schritte zu laufen. Ja und das ist auch ein Motto bei uns beim E-Walk, nämlich bei uns soll es heißen, laufen lohnt sich wieder. Von Natur aus ist es eigentlich so, dass die meisten Menschen nach dem Job eher faul sind. Man setzt sich zu Hause hin, wie Huma hier, bestellt noch was von zu essen zu Hause oder legt sich hin und isst ein paar Donuts. Aber in den letzten Jahren ist es so, der Trend hat sich geändert. Also ich habe es zum Beispiel eben auch hier gerade gesehen, es wird Bionade bestellt. Die Leute versuchen ihren Lifestyle zu verbessern, gesünder zu essen und insgesamt einfach sich besser zu verhalten. Das Ganze sieht man auch bei Festivals heutzutage. Früher wurde Frikadelle gegessen mit Currywurst und Pommes. Heute gibt es in Frankfurt quasi jedes Woche Streetfood-Festivals. Und da gibt es veganes Essen und vegetarisches Essen anstatt eben ungesundes. Und wir von E-Walk haben eben das Ziel, die Leute dabei zu unterstützen, eben diesen gesunden Lifestyle zu entdecken. Wir wollen die dabei unterstützen und dafür sorgen, dass die mehr gehen. Die Frage, die wir uns dabei gestellt haben, wie schafft man es, die Leute zu motivieren? Also wie schafft man es, die Leute zu bringen, zu gehen? Und morgens anstatt den Aufzug einfach mal die Treppen zu nehmen? Das ist eine schwierige Sache. Ich habe zum Beispiel jetzt auch hier einen Step-Tracker. Der Fong hat ein Handy in der Hand mit Schrittzähler. Jeder hat ganz viele Apps wahrscheinlich auf seinem Smartphone, aber am Ende nutzt man die nicht oder nur sehr selten. Und man hat viel zu viele Apps, die dann im Nirgendwo verschwinden. Denn das Problem ist eigentlich, dass die ganzen Apps, egal was es ist, egal wie toll sie sind, am Ende zählen sie immer nur die Schritte. Und das ist am Anfang ganz lustig. Man sieht Statistiken, aber irgendwann, ja, dann fehlt die Langzeitmotivation. Und da setzt dann auch E-Walk ein mit unserem neuen Konzept. Okay, danke Michi für den Vortrag. Und zwar ein weiteres Thema, auf das wir uns fokussiert haben, waren einfach Loyalty-Programme. Wie kann man Menschen langfristig motivieren, etwas zu tun? Ja, und genau darauf haben wir uns auch das ganze Thema betrachtet und sagen, ja, Loyalty-Programme hat vor allem das Ziel einer starken Kundenbindung. Das einzige Problem, was da existiert ist, dass man meistens Geld ausgeben muss, um eine Belohnung zu erhalten. Sei es Meilsen-More oder Payback, man muss halt irgendwas einkaufen vorher. Und mit MiWalk wollen wir genau diese zwei Trends kombinieren. Das heißt, wir sind der erste Step-Tracker auf dem Markt mit einem integrierten Bonus-Programm. Die Frage ist, wie funktioniert das ganze Ding? Es ist ganz, ganz simpel. Wir haben echt eine einfache Lösung uns überlegt. Und zwar, man macht das, was man generell eher am Tag macht. Nämlich gehen. Ja, man steht aus dem Bett aus, man geht. Während der Arbeit, man geht. Für jeden Schritt, den eine Person macht, bekommt man einen Punkt. Sagen wir zum Beispiel, man hat tausend Punkte oder tausend Schritte und dafür bekommt man tausend Punkte. Diese Punkte nennen wir Mies. Und diese kann man später auf unserer Bonus-Plattform einlösen. Zum Beispiel gegen einen 20%-Discount auf ein gesundes Restaurant in Frankfurt, Berlin, München oder irgendwo anders. Und wir denken, dass wir mit MiWalk eigentlich das wichtigste Business-Feature haben, um eine richtig coole App zu werden. Nämlich Einfachheit. Die Eintrittsbarriere ist sehr, sehr gering. Und das ganze Produkt ist sehr, sehr simpel. Ebenfalls haben wir uns darauf fokussiert, dass eigentlich Menschen immer in Bewegung sind. Sei es, dass sie nur tausend Schritte machen oder zehntausend Schritte. Aber man geht. Was man nicht täglich machen muss, man muss sich jeden Tag daten, man muss sich jeden Tag Banktransfers machen oder jeden Tag einkaufen. Und wo wir mit MiWalk aktuell stehen ist, wir sind in der Entwicklung, testen das gerade. Und die App kommt voraussichtlich Ende September, Anfang Oktober für die iOS-Plattform auf den Markt. Genau, damit ihr auch mal ein Gesicht dazu habt, zu dem ganzen Thema MiWalk. Ich bin der Quoten-Asiate hier in dem Bild. Und genau, das ist im Endeffekt unser Team. Und was wir am liebsten tun, wir gehen am liebsten gemeinsam, aber nicht als Pärchen. Und am Ende dieser Folie hätte jeder von uns hier im Raum mindestens 420 Schritte machen können. Das ist 1,21 vom Tagesziel. Also was ich euch sage, einfach nur öfters aufstehen und MiWalken. Und wenn ihr mit uns reden wollt, wir sitzen da hinten in der dunklen Ecke. Vielen Dank.